So, da sind wir wieder. Diesmal mit einer wesentlich kleineren Maschine. Die können vielleicht daran liegen an der Start- und Landebahn liegen, die wir zuletzt haben. So, das Problem jetzt an dem Gerät hier ist, dass es verdammt langsam ist. Bis ans Ziel wird man damit nicht kommen, das steht fest, das ist viel zu weit. Ich werde das hier nicht schauen, was er ist. Ich werde das hier nicht schauen, was er ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Allerdings ist das Ausnahmsalz mal nicht plan, dass es so lange dauert. Vielen Dank. 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 , 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 ,, , ,, 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 , 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 125.3 125.3 for Savage X-Ray Golf Sierra Raleigh approach Savage Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 2700 feet Savage Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Raleigh approach continue as planned Altimeter 2.9.9.7 12.9.7 12.9.7 12.9.7 12.9.7 12.9.7 12.9.7 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kilo Tango Tango Alpha Traffic Savage Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 2 miles north 1,600 feet inbound to land runway tree. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das sieht doch schon eher aus wie eine Landepack. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.